Aha. Hm. Fein. Also dann. Unter welcher Flagge wollt ihr segeln? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wer ist hier der Boss? Du nicht? Aber? Ich? Ein Herrscher? Ihr? Kannst du laufen? Ja? Gehen wir jagen. Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt lauf schon, du Idiot. Hm. Er ist tot. Tja, wer dumme Fragen stellt.